Das war sie, unsere wunderschöne 10. Herbstdemonstration der bundesweiten Montagsdemo. So, vielen Dank für die Teilnahme. Wir haben es ja wieder hingekriegt, die 10. Herbstdemonstration zu organisieren. Wir brauchen jetzt hier für den Abbau noch ein paar Helfer. Also wer hier noch Zeit hat, wo die Busse nicht gleich fahren, bitte mithelfen. Dann wünschen wir uns, dass möglichst viele bei der nächsten bundesdelegierten Konferenz im Frühjahr teilnehmen. Der Termin wird noch bekannt gegeben und auch zwischendurch öfter mal auf die Homepage gucken. www.bundesweite-montagsdemo.de Dann komm. Dann wünsche ich allen guten Heimweg, viel Erfolg und dass wir auch das nächste Jahr gemeinsam wunderbar zusammenarbeiten. Also guten Heimweg und vielen Dank. Ja, mach das. Und vielen Dank.